Die geplante Bahnunterführung am Bahnhof Sieten ist zum Inhalt mancher Dorfgespräche geworden. Fast alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur aus Sieten, befürworten einen raschen Baubeginn für eine Bahnunterführung. Denn mehr als 30 Jahre lang liegt ein Vorschlag für eine Unterführung auf dem Tisch, weiß SPD-Ratsmitglied Heinrich Wiengarten aus Sieten. Ja, gerade die Einwohnerinnen und Einwohner von Sieten, die hinter der Bahn leben, für die ist es natürlich ein unerträglicher Zustand seit Jahrzehnten, dass man hier viel Lebenszeit, ich nenne es mal so, vor geschlossenen Schranken verbringt. Und das verärgert natürlich die Menschen. Dafür haben wir auch Verständnis und da besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Das Problem, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dass ich wirklich manchmal 19, 20 Minuten da stehe, dass da vier, fünf Züge durchführen, bevor die Schranken hochgehen. Das ist, ne, wenn die nach jedem Ding hochgehen würden, dann würde ich nur sagen, okay, aber so. Und wieder schließt sich die Schranke. Oftmals für mehrere Züge hintereinander. Warten ist angesagt. Und das oft bis zu 20 Minuten an einem Stück. Neben der ersten Planung aus dem Jahre 1988 gibt es mittlerweile weitere Vorschläge für eine Unterführung von der Initiative Haltern Fahrradfreundlich. Auf den ersten Blick erscheinen diese Vorschläge praktikabel. Doch entsprechen sie auch den Anforderungen. Also, ich bewerte sie und darüber sind auch im politischen Raum schon Gespräche geführt worden, sehr kritisch. Diese Vorschläge des Herrn Pollerberg sind sehr fahrrad- und fußgängerfreundlich. Aber den Autoverkehr, und der ist auch wichtig hier, den lassen sie weitgehend außen vor. Es ist also so, dass über die Durchfahrthöhe keinerlei Aussagen gemacht werden. Und wenn wir, und das halte ich für richtig, eine Durchfahrthöhe, so sieht die ursprüngliche Planung auch aus, von 5 Metern brauchen, damit Rettungsfahrzeuge, Feuerwehrwagen, landwirtschaftliche Fahrzeuge diese Passage passieren können, dann ist das nur mit der aktuellen Planung von Bahn und Kreis möglich und nicht mit diesen Alternativvorschlägen. Es müsste dann ein völlig neues Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Und das könnte unter Umständen mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Es muss völlig neu geplant werden. Und das wollen wir hier nicht, sondern das muss jetzt möglichst schnell gehen. Wir warten schon über 30 Jahre auf eine Lösung. Die Meinungen zu den vorliegenden Plänen sind geteilt. Fest steht, dass die meisten Anwohner wegen einer geänderten Planung keine weiteren Wartezeiten auf eine Unterführung in Kauf nehmen wollen. Nein, ich wohne auf dieser Seite. Also mich betrifft es selten, aber es ist natürlich immer jetzt gerade zu den Zeiten, wo ich mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs bin, ist das kritisch. Wenn ich abends nach Hause komme, ich muss hier also immer dann warten an den Schranken, dass ich rüber gehen kann und so weiter. Früher bin ich öfter mit dem Zug unterwegs gewesen, da war das immer ein Problem für mich, ja. Also es wäre eine Erleichterung, wenn man eine Unterführung hier hätte, keine Frage. Ich finde, solide Lösung, die für alle betrifft, die allen hilft. Also das wäre schön, wenn hier nicht alles zerbaut würde. Und wenn das eben machbar ist, dann sollte man das schon machen. Aber bei der Bundesbahn ist das ja auch heutzutage so, das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Die sind jetzt schon 50 Jahre und noch länger am Plan, da kommt das auf die 5 Jahre auch nicht drauf an. Dann sollen sie was Vernünftiges machen. Ich habe ja gesagt, der letzte Vorschlag, der jetzt gewesen ist, für die Fahrradfahrer und Fußgänger fand ich ganz toll. Es scheint jetzt allmählich ernst zu werden, ich nenne es mal so. Vor einigen Wochen ist die ganz konkrete Planung des Kreises und der Bahn im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden. Und wir hoffen natürlich, dass so schnell wie möglich auch eine Umsetzung stattfindet. Ich möchte mal vorsichtig prognostizieren, dass es im nächsten Jahr losgehen kann. Rund zwei Jahre werden die Arbeiten an der neuen Bahnunterführung voraussichtlich dauern. Nach dem Beschluss im Stadtentwicklungsausschuss für die Planung der Bahn gehen jetzt viele Bürgerinnen und Bürger davon aus, dass die Bauarbeiten im kommenden Jahr beginnen.